Herzlich Willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Erreni und ich habe heute ein sehr persönliches Thema für Dich. Also dranbleiben! Wenn ich jedes Mal, wenn ich gefragt würde, glaubst Du eigentlich wirklich an das, was Du tust? 100 Euro bekäme, müsste ich nicht mehr arbeiten wahrscheinlich. Was nicht schlecht wäre. Aber ich möchte dazu einfach mal in diesem Video Stellung nehmen. Erstens mal muss ich dann nicht immer diese nervige Frage wieder beantworten, sondern kann sagen, hey, ich habe da ein Video, ich schicke Dir den Link. Und zweitens mal möchte ich generell einmal auf diese Grundfrage eingehen und ein paar Gedanken meinerseits dazu mit Dir teilen. Also glaube ich an das, was ich tue. Grundsätzlich einmal, und ich hoffe es geht Dir genauso, und mache ich nur Sachen, von denen ich persönlich überzeugt bin. Und überzeugt heißt für mich, die mir Freude bereiten. Ich habe Freude an dem, was ich tue. Ich bin interessiert und freudvoll an dem, was ich tue. Genauso interessiert und freudvoll bin ich eben an der Energetik, bin ich an den Techniken, die ich da mache. Mir ist schon völlig bewusst, dass für einen Außenstehenden, das ein bisschen schräg ist, dass man sagt, man betrachtet das Leben auf diese Art und Weise, das heißt auf eine energetische Weise, auf eine unsichtbare Art und Weise. Und jeder hat ein gewisses Bild im Kopf, ein Bild von einem Teebeutel schwingenden Esoteriker, der auf einer Wiese ein Einhorn anbetet oder einen Löwenzahn küsst oder einen Baum umarmt. Also ich bin noch nie übergriffig gegen die Natur geworden, das kann ich jetzt mal sagen. Wir oft etwas sehen, ein Ritual sehen oder auch in Fernsehberichten irgendwelche Rituale abgelichtet sehen, wo irgendwer in Weiß gekleidet herumhüpft und auf eine Trommel schlägt. Und das wirkt natürlich also nicht befremdlich. Und dann glaubt man gleich, naja, der Erini macht das wahrscheinlich genauso in seiner Praxis. Meine alten Nachbarn im wunderschönen Müllviertel, harte Hirne, harte Herzen, harte Menschen, haben auch immer gesagt, na, beim Erini, da kommen immer die hübschen Frauen, ich möchte wissen, was der mit den Frauen macht in der Praxis. Also es hätte ich da, was weiß ich was, Hühner geopfert oder irgendwelche Riten abgehalten. Der Punkt ist folgender, das, was man sehen kann, hat mit der Energetik nichts zu tun, hat mit der Arbeit, die ich mache, nichts zu tun, weil ich arbeite in einem unsichtbaren Bereich. Das heißt, alles, was ich verwenden würde, wäre dann ein Symbol, wäre ein ritueller Gegenstand. Da kann man Tarotkarten dazuzählen, da kann man das Pendel dazuzählen, da kann man Mineralien dazuzählen, da kann man von mir aus auch irgendwelche Chimbeln oder sonst was dazuzählen. Oder Räucherwahn, das sind nur Symbole, die eine gewisse Energie erden sollen oder etwas greifbarer machen sollen. Aber die wahre Arbeit spielt sich halt im Energetischen ab. Und da ist es natürlich schwierig, denn, und das ist ja der Wahnwitz, ich behaupte von mir, dass ich diese geistige Welt wahrnehmen kann. Geistige Welt heißt einfach nur eine unsichtbare Welt. Was ist jetzt unsichtbar? Also ich sehe keine Einhörner oder irgendwas herumhüpfen. Unsichtbar ist das, was in einem Menschen weh ist. Und da habe ich Möglichkeiten und Techniken entwickelt, das für mich wahrzunehmen und zu visualisieren. Das heißt, mich interessiert das, was weh ist in meinem Klienten. Warum interessiert mich das? Weil es mich bei mir selber interessiert hat. Weil es auch dich verflixt noch einmal interessieren sollte. Was zum Geier ist mit mir los? Warum empfinde ich so? Warum denke ich so? Wo kommt was her? Wo kommen meine Triebe her? Wo kommt meine Wut her? Das sind doch Fragen, die sind absolut interessant, dass man sie sich beantworten kann. Und so hat meine Reise eigentlich begonnen. Mich hat das Unsichtbare, das Energetische fasziniert. Mich hat fasziniert, dass ich sage, okay, es gibt ein Konzept von Chakren, von der Aura. Was kann ich denn damit anfangen? Und das war immer der Beginn meiner Reise. War immer ein ganz praktischer Ansatz. Dass ich sage, was kann ich mit dem anfangen? Was kann ich mit dem machen? Also grundsätzlich glaube ich nicht an das, was ich tue, sondern ich bin davon überzeugt, dass das, was ich tue, wirkt. Glaube ich jetzt an die Chakren? Nein, ich glaube nicht. Ich weiß, dass dieses Bild funktioniert. Heißt es, dass es die Chakren gibt wie die Hand, die du jetzt siehst? Nein, das heißt es nicht. Das heißt, es ist ein Modell. Das heißt, wenn du mich fragst, glaubst du eigentlich an das, was du tust, dann haben wir einfach schon ein ganz anderes Verständnis, nach dem du fragst und was ich mache. Und ich kann jeden nur einladen, sich mit der geistigen Welt, der unsichtbaren Welt auseinanderzusetzen. Denn deine Gefühle und Gedanken sind unsichtbar. Und die zu erforschen, diese Reise nach innen anzutreten, ist letzten Endes die esoterische Reise, die wahre esoterische Reise. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt daran glaube, da gibt es ein Einhorn oder da gibt es einen Engel. Das sind alles nur Symbole. Denn das hat ja noch keiner wirklich gesehen. Das heißt, in dieser profanen Welt sieht man vielleicht einen, naja, der kassiert halt da eine gewisse Summe, wenn man mit dem eine Sitzung abhält. Und vielleicht, das sind ja noch die Netteren, die dann sagen, naja gut, vielleicht glaubt er selber dran. Aber die meisten sagen dann womöglich, ja, das ist ein Scharlatan. Und da kann ich wirklich nur sagen, wenn du glaubst, ich bin ein Scharlatan, dann werde ich nichts tun können, um dich zu überzeugen oder dich von deiner Meinung wegzubringen. Dann hast du diese Bilder über Energetik, über Esoterik gespeichert, dann passt das auch, dann ist das nichts für dich. Muss ja auch nichts sein. Gibt ja genug andere Bereiche, wo du dich entfalten kannst. Wenn du allerdings sagst, okay, mich interessiert es mal, was läuft denn da, dann kann ich dich nur einladen. Schau dir auf meinem Kanal Videos an. Mach mal eine Meditation mit. Keine Angst, ich habe keine Sekte gegründet. Ich verkaufe kein Glaubenssystem, sondern es ist mir persönlich wichtig, einfach nur auf dieser Ebene mit den Klienten zu arbeiten. Das ist eine Art, wie eine Art zu Coaching kann man sich vorstellen, auf einfach in der Begrifflichkeit der Energetik. In der Begrifflichkeit der Aura, der Chakren, das sind alles Symbole, die ich natürlich anwende, mit denen ich natürlich arbeite, aber die natürlich auch schwierig sind zu verstehen. Denn wie ich begonnen habe mit der ganzen Geschichte und ich wurde getrieben wirklich von einem tiefen Interesse und ich habe vor über 25 Jahren begonnen, mich damit zu beschäftigen, mit der Materie und ich bin draufgekommen, kein einziges Buch konnte mir eine befriedigende Antwort geben, um was es denn zum Geier überhaupt bei den Chakren geht oder bei der Aura geht. Und ich hatte einige Kurse, einige Lehrerinnen und Lehrer und ich bin da auch nie wirklich so rausgekommen, dass ich sage, mein Verstand war da mit zufrieden. Also ich habe da jahrelang gebraucht, ich bin jetzt fast 20 Jahre selbstständig, dass ich selber Bilder entwickle, Symbole entwickle, dass ich den Klienten das mitgeben kann, in meinen Ausbildungen mitgeben kann, dass ich möglichst versuche, diese Sachen begrifflich zu machen, diese Sachen greifbar zu machen und auch für jeden nachvollziehbar zu machen. Aber es hat nichts damit zu tun mit deinen abgespeicherten Bildern, denn ich kann dir garantieren, meine Arbeit ist absolut einzigartig, weil es meine Arbeit ist, genauso wie die Arbeit von Kolleginnen und Kollegen einzigartig ist. Da kann ich aber nichts darüber sagen. Ich kann nichts über die Energetika an sich sagen. Ich kann nichts über deine Erfahrungen sagen. Ich kann nur sagen, welche Erfahrungen hast du mit mir gemacht? Wenn wir da ein Problem haben, können wir das persönlich natürlich klären, jederzeit. Aber ich kann nicht auf etwas antworten, wo du schon ein vorgefertigtes Konzept hast. Und ehrlich gesagt, ich verstehe auch viele Berufe nicht. Ich erwarte genauso, wenn ich einen Elektriker rufe, kann ich das Problem selber nicht beheben, sonst würde ich keinen Professionisten rufen. Und da erwarte ich einfach, dass dann nachher die blöde Glühbirne leuchtet oder sonst etwas. Das interessiert mich nicht, was der genau macht. Und genauso sehe ich eigentlich meinen Anspruch an den Energetiker. Ich komme wegen einem Thema, ich komme wegen einem gewissen Leidensdruck und hoffentlich geht es mir dann danach besser. Und wenn es mir dann besser geht, komme ich vielleicht wieder zu diesem Energetiker, weil ich denke, ja, der hat mir da geholfen. Und das sollte einfach der Anspruch sein, wie bei jeder anderen Dienstleistung auch. Und also deshalb noch einmal, ich glaube an gar nichts, ich glaube nicht an das, was ich tue. Ich tue es, weil ich eine tiefe Freude, eine tiefe Liebe empfinde für meine Arbeit. Und deshalb mache ich es und nicht aus einem Glauben heraus. Und vielleicht bringt das ein bisschen Klarheit rein und beantwortet jetzt diese Frage. Und ich kann jetzt jeden auf dieses Video verweisen, wenn ich wieder mal gefragt werde. In irgendeinem Lokal, falls die Lokale wieder aufsperren, glaubst du eigentlich an das, was du tust? Weil so wirkst du ganz normal. Das Herr Jahr sagt, du wirkst ja so normal. Du schaust ja gar nicht aus wie so ein Energetiker. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie Energetiker normalerweise ausschauen. Also keine Ahnung. Aber offensichtlich entspreche ich diesem Bild nicht. Naja, werde ich auch noch herausfinden. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit. Alles Gute. Danke fürs Zuhören. Danke für deine Aufmerksamkeit. Wenn du auch Energetiker bist und das Problem hast, dass dich die Leute fragen, teile doch einfach das Video. Vielleicht passt ja meine Antwort auch für dich. Würde mich freuen. Lass mir ein Like da, einen Daumen nach oben. Abonniere den Kanal. Und wir sehen uns demnächst wieder. Alles Gute. Dein Oliver Erini, medialer Energetiker. Und ob du es glaubst oder nicht, das ist Energetik, die wirkt. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020